Wo bist du? Medea! Medea! Es gibt einen Ort auf der Welt, da kann der Mensch Glückwicht sein. Medea! Medea braucht niemanden zu ihrer Vernichtung. Wie besorgt sie sich selbst und zwar gründlich? Sag mal, hat die wirklich ihren Bruder umgebracht? Medea! Die Priesterin der EKT! Man kann eben nicht alles haben. Jügen! Jügen! Lügen! Lügen! Wovor laufen eigentlich alle davon? Aber was werden unsere Kinder den Vorfinden auf dieser Scheibe, die wir Erde nennen? LÜVOL LÜVOL Vielen Dank.